So, damit das gute Getränk, das gute Bier auch gewürdigt wird, genug haben wir natürlich uns wieder gedacht, wir brauchen einen schönen Krug dafür. Und darum haben wir Wirte auch für heuer wieder einen schönen Wiesenwirte-Krug entworfen, beziehungsweise entwerfen lassen. Er zeigt, ich sag jetzt mal so das wirkliche überschäumende Lebensgefühl, so die barocke Lebensart der Wiesen, die da rauskommt bei dem Krugmotiv. Das ist etwas, was uns dieses Jahr, glaube ich, schon ganz gut tut, dass wir hier wieder die Fröhlichkeit in den Vordergrund stellen. Und derjenige, der das Ganze entworfen hat, der dafür verantwortlich ist, ist unser Künstler, der Rudi Skukalek, der ist heute auch da. Bitteschön, wo ist er denn? Ah, da ist er. Bitteschön, hier. An dieser Stelle herzlich willkommen. Er wird natürlich auch gerne dann im Anschluss ein paar Fragen dazu beantworten, was er sich dabei gedacht hat. Also auf jeden Fall, man sieht 14 Bierzelte auf dem Krug mit 14 Mastkrügen quasi auf einem Krug. Und daneben auch ein Weinfassel, weil es gibt tatsächlich ja ein Zelt bei den großen Wiesenwirten, der hat gar keine Massen im Verkauf. Aber dass er so gut zu uns passt, das sieht man ja, dass wir heute bei ihm sind. Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen bei euch. Quasi Weinwirte Stefan und Sebastian Kuhler, schön, dass es hier im Seehaus herzlichen Dank. Dank sage ich schon mal, dass ich das so toll vorbereitet habe. Und wenn ihr euch fragt, wo gibt es denn den Krug dann zu kaufen? Den gibt es natürlich in unseren Festzelten, aber erst zur Wiesn, logischerweise. Natürlich nicht jetzt, weil jetzt geht es noch nicht ganz so. Die Souvenirstände auf der Wiesn, wo man den Krug kaufen kann, sind noch nicht ganz fertig, aber es wird schon. So, geht voran. Auf jeden Fall, wenn man den Krug jetzt schon erwerben möchte, dann kann man sich informieren auf unserer Homepage www.wiesenwirte.de. Da steht alles drauf, wer den Krug schon vertreibt, wo man ihn bestellen kann und so weiter, mit oder ohne Zinnweckl. Und da danken wir ganz herzlich der Firma Barbaroi, die für uns den Vertrieb und die Herstellung des Krugs und das alles übernommen hat. Der Moritz und die Marlene Gauber sind auch da hier hinten. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, hat hervorragend geklappt. Auch das sind gute Partner für uns, Wiesnwirte. Und da freuen wir uns, dass möglichst viel Bier aus diesem Grüben ausgeschenkt wird. So, das von meiner Seite. Aber es ist ein toller Krug geworden und was er für mich persönlich ausstrahlt, ist echte Lebensfreude. Bayerische, traditionelle Lebensfreude. Und das ist schön, typisch wünschterisch.